Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Insolvenzrecht. Dieses Video enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Lektionen. Gläubiger im Insolvenzverfahren Ein wesentliches Ziel des Insolvenzverfahrens ist gemäß § 1 Inso die gemeinschaftliche Befriedigung der Gläubiger aus der Insolvenzmasse. Die Insolvenzmasse ist in § 35 Inso geregelt. Sie umfasst das Vermögen, das dem Schuldner zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens gehört und das er während des Verfahrens erlangt. Ausnahmen ergeben sich aus § 36 Inso. Bei der Befriedigung der Gläubiger ist eine Rangfolge zu beachten. Ganz oben stehen die aussonderungsberechtigten Gläubiger. Sie sind keine Insolvenzgläubiger. Gemäß § 47 Satz 1 Inso können Sie aufgrund eines dinglichen oder persönlichen Rechts geltend machen, dass ein Gegenstand nicht zur Insolvenzmasse gehört. Dazu gehören zum Beispiel das Eigentum oder der einfache Eigentumsvorbehalt. Das Aussonderungsrecht kann sich auch aus einem dinglichen Vorkaufsrecht, Forderungsinhaberschaften und schuldrechtlichen Herausgabeansprüchen ergeben. Im Gegensatz dazu haben die absonderungsberechtigten Gläubiger im Sinne der § 49 und 50 Inso nur ein Recht auf Befriedigung aus dem Gegenstand. Bei beweglichen Gegenständen kommt beispielsweise ein rechtsgeschäftliches oder gesetzliches Pfandrecht oder ein Pfändungspfandrecht als Absonderungsrecht in Betracht. Auf der dritten Position stehen die Massegläubiger im Sinne des § 53 Inso. Hier sind zum einen die Kosten des Insolvenzverfahrens nach § 54 Inso relevant. Davon sind die Gerichtskosten für das Insolvenzverfahren sowie Vergütungen und Auslagen umfasst. Zum anderen gibt es die sonstigen Masseverbindlichkeiten im Sinne des § 55 Inso. An letzter Stelle kommen noch die Insolvenzgläubiger im Sinne des § 38 Inso. Das sind die persönlichen Gläubiger, die einen zur Zeit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens begründeten Vermögensanspruch gegen den Schuldner haben. Nicht umfasst sind also Neugläubiger. Gemäß § 39 Inso werden bestimmte Forderungen nur nachrangig befriedigt. Das Insolvenzverfahren Eingeleitet wird das Insolvenzverfahren durch einen Antrag. Antragsberechtigt sind gemäß § 13 Absatz 1 Satz 2 Inso die Gläubiger und die Schuldner. Im Fall des § 15a Inso besteht sogar eine Antragspflicht. Der Antrag ist gemäß § 13 Absatz 1 Satz 1 Inso schriftlich zu stellen. Beim Schuldnerantrag ist gemäß § 13 Absatz 4 ein besonderes Formular zu verwenden. Beim Gläubigerantrag sind als zusätzliche Voraussetzungen gemäß § 14 Absatz 1 Satz 1 Inso die Glaubhaftmachung und das Rechtsschutzinteresse zu prüfen. Im § 13 Absatz 2 Inso ist die Antragsrücknahme geregelt. Sie ist möglich, bis das Insolvenzverfahren eröffnet oder der Antrag rechtskräftig abgewiesen worden ist. Insolvenzgründe Im Eröffnungsverfahren wird neben der Zulässigkeit des Antrags auch geprüft, ob ein Insolvenzgrund vorliegt. Das ergibt sich aus § 16 Inso. Die Prüfung wird dabei in der Regel einem Gutachter als Experten überlassen. Es existieren drei Insolvenzgründe. Die Zahlungsunfähigkeit, die drohende Zahlungsunfähigkeit und die Überschuldung. Nicht jeder Insolvenzgrund ist aber auf jedes Insolvenzverfahren anwendbar. Die Zahlungsunfähigkeit ist ein allgemeiner Insolvenzgrund und damit sowohl auf natürliche als auch auf juristische Personen und Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit anwendbar. Die drohende Zahlungsunfähigkeit kann dagegen nur der Schuldner beantragen. Die Überschuldung kommt nur bei juristischen Personen in Betracht. Die Zahlungsunfähigkeit wird im § 17 Absatz 2 Satz 1 inso definiert. Nach dem BGH liegt sie grundsätzlich vor, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, innerhalb von drei Wochen 90% seiner fälligen Gesamtverbindlichkeiten zu begleichen. Jedurch wird die Zahlungsunfähigkeit von der bloßen Zahlungsstockung abgegrenzt. Ausnahmen können vorliegen, wenn sich die Zahlungsunfähigkeit aufgrund einer Prognose nach diesem Zeitraum anders darstellt. Gemäß § 17 Absatz 2 Satz 2 inso wird eine Zahlungsunfähigkeit bei einer Zahlungseinstellung widerlegbar vermutet. Beruft sich der Schuldner darauf, dass keine Zahlungsunfähigkeit vorliegt, sondern nur eine Zahlungsunwilligkeit, hat er das zu beweisen. Eine Drohung der Zahlungsunfähigkeit liegt gemäß § 18 Absatz 2 Satz 1 inso vor, wenn der Schuldner voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten im Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen. Der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit ist also wahrscheinlicher als die Vermeidung. Nach Satz 2 wird in aller Regel ein Prognosezeitraum von 24 Monaten zugrunde gelegt. Bei der Prüfung erfolgt eine Gegenüberstellung. Auf der einen Seite stehen die voraussichtlichen Einnahmen, auf der anderen Seite sind die Verbindlichkeiten. Dazu zählen solche, die bereits begründet wurden, aber auch solche, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit begründet werden. Der Insolvenzantrag wegen Drohung der Zahlungsunfähigkeit hat den Vorteil, dass das Schutzschirmverfahren gemäß § 270d Absatz 1 möglich ist. Die Überschuldung nach § 19 inso ist von der Unterbilanz und der Unterdeckung abzugrenzen. Die Prüfung erfolgt in zwei Schritten. Im ersten Schritt wird geprüft, ob die Fortführungsprognose positiv ist. Das ist gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 in so der Fall, wenn erstens ein Einnahmeüberschuss, also eine positive Ertragsentwicklung vorliegt und zweitens die Prognose für diese Entwicklung für die nächsten zwölf Monate überwiegend wahrscheinlich ist. Ist die Prognose negativ, wird im zweiten Schritt eine Sonderbilanz erstellt. Dabei werden die Liquidationswerte angesetzt. Es werden also, im Gegensatz zum Handelsrecht, auch stelle Reserven berücksichtigt. Außerdem kann eine Überschuldung durch einen qualifizierten Rangrücktritt verhindert werden. Gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 in so sind solche Verbindlichkeiten dann nicht mehr bei der Sonderbilanz zu berücksichtigen. Sicherungsmaßnahmen Die Prüfung des Insolvenzgrundes kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Um in dieser Phase zu verhindern, dass das Vermögen des Schuldners geschmälert wird, können gemäß § 21 in so Sicherungsmaßnahmen angeordnet werden. Die Maßnahmen dienen also dem Gläubigerschutz. In § 21 Absatz 2 in so werden mögliche Maßnahmen genannt. Nach der Nummer 1 kann ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt werden. Häufig geschieht das in Kombination mehr Verfügungsbeschränkungen nach der Nummer 2. Wird ein allgemeines Verfügungsverbot auferlegt, geht die Verfügungsbefugnis gemäß § 22 Absatz 1 in so auf den sogenannten starken vorläufigen Insolvenzverwalter über. Wurde nur an Zustimmungsvorbehalt ausgesprochen, spricht man vom schwachen vorläufigen Insolvenzverwalter. Die § 23 bis 25 in so beziehen sich auf die Verfügungsbeschränkungen. Verfügter Schuldner trotz der Beschränkung ist die Verfügung gemäß § 24 Absatz 1 in so grundsätzlich unwirksam. Nach § 21 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 in so können Maßnahmen der Zwangsvollstreckung untersagt oder einstweilen eingestellt werden. Weitere mögliche Sicherungsmaßnahmen sind die vorläufige Postsperre nach Nummer 4 und nach Nummer 5 die Untersagung der Einziehung und Verwertung von Gegenständen, an denen ein Aussonderungsrecht besteht. Gemäß § 21 Absatz 3 in so ist auch Haft möglich. Der Eröffnungsbeschluss Das Gericht weist den Eröffnungsantrag gemäß § 26 Absatz 1 Satz 1 in so ab, wenn das Vermögen des Schuldners voraussichtlich nicht ausreichen wird, um die Kosten des Verfahrens zu decken. Ist das Eröffnungsverfahren dagegen erfolgreich abgeschlossen, wird das Insolvenzverfahren eingeleitet. Das geschieht gemäß § 27 Absatz 2 in so durch einen Beschluss. Jetzt enden die vorläufigen Maßnahmen und es treten endgültige Wirkungen ein. Gemäß § 27 Absatz 1 in so wird ein Insolvenzverwalter ernannt. Bei diesem sind die § 56 folgende in so zu beachten. Weitere Beteiligte im Insolvenzverfahren sind der Gläubigerausschuss im Sinne der § 67 folgende in so und die Gläubigerversammlung gemäß dem § 74 folgende in so. Weitere Wirkungen des Eröffnungsbeschlusses stehen in den § 80 folgende in so. Gemäß § 80 Absatz 1 in so geht das Verwaltungs- und Verfügungsrecht auf den Insolvenzverwalter über. Die Vermögensmasse wird beschlagnahmt. Gemäß § 81 Absatz 1 Satz 1 in so sind die Verfügungen des Schuldners unwirksam. Bei Grundstücken ist dabei ein gutgläubiger Erwerb möglich. Während des Insolvenzverfahrens gilt für den Insolvenzgläubiger gemäß § 89 in so ein Vollstreckungsverbot. Zwangsfortstreckungen wegen Masseverbindlichkeiten, die nicht durch eine Rechtsanwendung des Insolvenzverwalters begründet worden sind, sind für die Dauer von sechs Monaten seit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens unzulässig. Das ergibt sich aus § 90 Absatz 1 in so. Im Absatz 2 werden Ausnahmen genannt. Bei bereits erfolgten Zwangsfortstreckungen greift die Rückschlagsperre nach § 88 in so. Hat der Gläubiger eine Sicherung im letzten Monat vor dem Eröffnungsantrag erlangt, wird diese mit Eröffnung des Verfahrens unwirksam. Beim Verbraucherinsolvenzverfahren beträgt die Frist gemäß § 88 Absatz 2 in so drei Monate. Die Parallelvorschrift zu § 21 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 in so ist die Postsperre nach § 99. Weitere Themen der § 80 folgendes sind unter anderem die Übernahme von Aktiv- und Passivprozessen und die Aufrechnung. Der nächste Schritt im Verfahren ist der Berichtstermin gemäß dem § 156 folgende in so. Dort wird gemäß § 157 beschlossen, ob das Unternehmen stillgelegt oder vorläufig fortgeführt werden soll. Nach dem Berichtstermin findet gemäß § 159 in so die Verwertung statt. Die § 165 folgende in so regeln dabei die Rechte und Pflichten des Insolvenzverwalters in Bezug auf Gegenstände mit Absonderungsrechten. Die Verwertung von beweglichen Gegenständen mit Absonderungsrechten wird in § 166 in so geregelt. Gemäß § 173 in so kann das Verwertungsrecht in manchen Fällen auch dem Gläubiger zustehen. Der Verwalter ist dann gemäß § 167 in so zur Unterrichtung des Gläubigers verpflichtet. Er muss ihm außerdem gemäß § 168 in so die Veräußerungsabsicht mitteilen. Die § 170 und 171 in so regeln die Verteilung des Erlöses. Gemäß § 171 in so werden vom Verwertungserlös grundsätzlich Pauschalbeträge abgezogen. Für die Kosten der Feststellung werden 4% angesetzt, bei den Kosten der Verwertung 5%. Falls eine Umsatzsteuer anfällt, ist diese zusätzlich zur Pauschale anzusetzen. Der Restbetrag steht dem absonderungsberechtigten Gläubiger zu. Ein Übererlös wird aber der Insolvenzmasse zugefügt. Die Insolvenzanfechtung Apropos Insolvenzmasse. Gläubiger werden häufig nur Quotal aus der Masse befriedigt. Es besteht also die Gefahr, dass eigennützige Handlungen vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorgenommen werden. Dann würden die übrigen Gläubiger im schlimmsten Fall mit leeren Händen dastehen. Um das zu vermeiden, gibt es die Insolvenzanfechtung. Die Insolvenzanfechtung ist in den § 129 folgende inzugeregelt. Ihr Zweck ist die Gläubigergleichbehandlung. Diese wird durch den schuldrechtlichen Rückübertragungsanspruch nach § 143 Absatz 1 Satz 1 inzugewährleistet. Im Gegensatz zur Anfechtung nach dem § 119 folgende BGB handelt es sich dabei nicht um ein Gestaltungsrecht. Grundsätzlich ist die Sache selbst zurück zu übereignen. Wenn das nicht möglich ist, ist Werdersatz zu leisten. Dabei gelten gemäß § 143 Absatz 1 Satz 2 inso die Grundsätze der verschärften Bereicherungshaftung. Gemäß § 146 Absatz 1 inso gilt für den Rückübertragungsanspruch die regelmäßige Verjährungsfrist. Der Anfechtungsanspruch ist bürgerlich-rechtlicher Natur und wird deshalb von den Zivilgerichten oder von den Arbeitsgerichten verhandelt. Das Schicksal der Gegenleistung bestimmt sich nach § 144 inso. Die ursprüngliche Forderung lebt wieder auf. Dem Gläubiger steht dann aber kein Zurückbehaltungsrecht zu. Auch eine Aufrechnung ist nicht möglich. Anfechtungsberechtigt ist gemäß § 129 inso nur der Insolvenzverwalter, nicht aber der vorläufige Insolvenzverwalter. Als Anfechtungsgegner kommen grundsätzlich nur Insolvenzgläubiger im Sinne des § 38 inso in Betracht. Aus- und Absonderungsberechtigte können nur dann Anfechtungsgegner sein, wenn sie ohne die angefochtene Handlung Insolvenzgläubiger wären. In § 129 inso werden die allgemeinen Voraussetzungen der Insolvenzanfechtung normiert. Zunächst muss eine Rechtshandlung vorliegen, die gemäß § 129 Absatz 2 inso auch in einem Unterlassen bestehen kann. Der Begriff umfasst jedes wählendliche Handeln. Dabei ist grundsätzlich egal, wer die Rechtshandlung vorgenommen hat. Es können sogar Handlungen des vorläufigen Insolvenzverwalters betroffen sein. Das gilt aber nur, wenn es sich der Marktmacht des Gläubigers beugen musste. Ansonsten besteht ein Vertrauensschutz zugunsten des Gläubigers, wenn ein Zustimmungsvorbehalt angeordnet wurde. Zeitlich muss die Rechtshandlung vor der Verfahrenseröffnung liegen, wobei § 140 inso zu beachten ist. Ausnahmsweise können gemäß § 147 inso auch Rechtshandlungen nach Verfahrenseröffnung anfechtbar sein. Für eine Insolvenzanfechtung muss eine Benachteiligung der übrigen Insolvenzgläubiger eingetreten sein. Das ist beim Bargeschäft im Sinne des § 142 inso grundsätzlich nicht der Fall. Die vorsätzliche Benachteiligung nach § 133 Absatz 1 bis 3 inso bleibt dabei anwendbar. Nach herrschender Meinung soll das auch für die inkongruente Deckung nach § 131 inso gelten. Die weiteren Voraussetzungen richten sich nach dem jeweiligen Anfechtungsgrund, also dem § 130 folgende inso. Sie werden explizit im Gesetz erwähnt und unterscheiden sich in den objektiven und subjektiven Kriterien und auch in der Beweislast. Außerdem gibt es große Abweichungen im maßgeblichen Zeitraum, zu dem die Rechtshandlung vorgenommen wurde. Für die Fristberechnung ist auf § 139 inso abzustellen. § 130 inso umfasst Fälle mit einer konkurrenten Deckung. Der Gläubiger erhält hier eine Sicherung oder Befriedigung einer Forderung, auf die er einen Anspruch hatte. Bei der inkongruenten Deckung nach § 131 inso hatte der Gläubiger keinen Anspruch auf die Forderung. Bei der unmittelbaren Benachteiligung gemäß § 132 inso handelt es sich um einen Auffangtatbestand. Er wird auch Verschleuderungsanfechtung genannt. Die Vorschrift ist zum Beispiel einschlägig, wenn eine Bürgschaft übernommen oder eine Verjährung hingenommen wird. Die vorsätzliche Benachteiligung im Sinne des § 133 inso ist besonders praxisrelevant, weil sie auch Rechtshandlungen erfasst, die zehn Jahre vor dem Eröffnungsantrag vorgenommen wurden. Auch in diesem Tatbestand ist die Unterscheidung von konkurrenten und inkonkurrenten Geschäften relevant. Zurück zum Verfahren. Im Prüfungstermin werden die angemeldeten Forderungen gemäß § 176 inso ihren Betrag und Rang nach geprüft. Die Anmeldung erfolgt gemäß § 174 Absatz 1 Satz 1 inso schriftlich beim Insolvenzverwalter. Gemäß § 178 Absatz 1 inso gilt eine Forderung als festgestellt, soweit gegen sie im Prüfungstermin oder im schriftlichen Verfahren § 177 ein Widerspruch weder vom Insolvenzverwalter noch von einem Insolvenzgläubiger erhoben wird oder soweit ein erhobener Widerspruch beseitigt wurde. Nach dem Absatz 3 wirkt die Eintragung in die Tabelle für die festgestellten Forderungen ihrem Betrag und ihrem Rang nach wie ein rechtskräftiges Urteil gegenüber dem Insolvenzverwalter und allen Insolvenzgläubigern. Für die darauffolgenden Verteilungen erstellt der Insolvenzverwalter gemäß § 188 inso ein Verteilungsverzeichnis. Es werden dann Abschlagsverteilungen durchgeführt. Sobald die gesamte Insolvenzmasse verwertet worden ist, erfolgt dann noch die Schlussverteilung nach § 196 inso. Jetzt ist das Verfahren fast abgeschlossen. Im sogenannten Schlusstermin wird gemäß § 197 inso unter anderem die Schlussrechnung erörtert. Sobald dann die Schlussverteilung vollzogen ist, beschließt das Insolvenzgericht gemäß § 200 inso die Aufhebung des Insolvenzverfahrens. Gemäß § 201 Absatz 1 inso können die Gläubiger danach ihre restlichen Forderungen gegen den Schuldner unbeschränkt geltend machen. Allerdings bleibt die Restschuldbefreiung nach dem § 286 folgende inso gemäß § 201 Absatz 3 unberührt. Das Insolvenzverfahren scheitert, wenn die Verfahrenskosten nach § 54 inso nicht gedeckt werden können. Dann wird der Antrag gemäß § 26 inso abgewiesen oder das Verfahren gemäß § 207 inso eingestellt. Das Verbraucherinsolvenzverfahren nach dem § 304 folgende inso enthält ein paar Besonderheiten. Es ist nur für natürliche Personen vorgesehen, die entweder keine selbstständige Tätigkeit oder nur eine selbstständige Tätigkeit mit überschaubaren Vermögensverhältnissen im Sinne des § 304 Absatz 2 inso ausüben. Das Verbraucherinsolvenzverfahren beginnt mit einem außergerichteten Schuldenbereinigungsverfahren auf Grundlage eines Schuldenbereinigungsplans. Nur wenn dieses Verfahren erfolglos war, kann ein Antrag nach § 305 inso zulässig sein. Anschließend kann ein gerichtlicher Schuldenbereinigungsverfahren gemäß § 307 Absatz 1 Satz 1 inso durchgeführt werden. Das passiert in der Praxis aber nur selten. Scheitert das gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren, wird das Eröffnungsverfahren gemäß § 311 inso wieder aufgenommen. Ab hier verläuft das Verbraucherinsolvenzverfahren fast genauso wie das Regelinsolvenzverfahren. Gemäß § 29 Absatz 2 Satz 2 inso kann gegebenenfalls der Berichtstermin entfallen. Die Rechtsschuldbefreiung Das Insolvenzverfahren hat gemäß § 1 Satz 2 inso ein zweites wesentliches Ziel, die Rechtsschuldbefreiung. Sie wird in den § 286 folgende inso geregelt. Natürliche Personen haben die Möglichkeit, sich von ihren restlichen Verbindlichkeiten zu befreien. Bestimmte Forderungen sind davon aber gemäß § 302 inso ausgenommen. Für die Rechtsschuldbefreiung ist gemäß § 287 Absatz 1 inso ein Antrag erforderlich. Der gestellte Antrag muss gemäß § 287a Absatz 1 Satz 1 inso zulässig sein. In § 287a Absatz 2 inso steht, in welchen Fällen der Antrag unzulässig ist. Ist der Antrag zulässig, so stellt das Insolvenzgericht gemäß § 287a Absatz 1 Satz 1 inso durch Beschluss fest, dass der Schuld nach Rechtsschuldbefreiung erlangt, wenn er den Obliegenheiten nach § 295 und 295a nachkommt und die Voraussetzungen für eine Versagung nach § 297, 297 bis 298 nicht vorliegen. Die Obliegenheiten und Versagungsgründe unterscheiden sich vor allem in dem Zeitraum, auf den sie sich beziehen. Die Obliegenheiten sind im Zeitraum zwischen Beendigung des Insolvenzverfahrens und dem Ende der Abtretungsfrist relevant. Die Abtretungsfrist wird in § 287a Absatz 2 inso legal definiert. Sie beträgt drei bzw. fünf Jahre. Für diesen Zeitraum verpflichtet sich der Schuldner, dass er seine pfändbaren Forderungen auf Bezüge aus einem Dienstverhältnis oder auf an deren Stelle tretenden laufenden Bezüge an einen vom Gericht zu bestimmenden Treuhänder abtritt. Die Versagungsgründe können auch schon vor Beendigung des Insolvenzverfahrens eine Rolle spielen. § 297a Absatz 2 ist zum Beispiel nur bis zum Schluss Terminal entschlägig. Nach Ablauf der Abtretungsfrist ist gemäß § 308a inso ein Widerruf möglich. Inhaltlich gibt es aber viele Überschneidungen. Folgende Gründe können relevant sein. Falsche Angaben zu wirtschaftlichen Verhältnissen. Die Begründung unangemessener Verbindlichkeiten. Die Verletzung von Auskunfts- und Mitwirkungspflichten. Falsche oder unvollständige Angaben in den Verzeichnissen. Der Verstoß gegen die Erwerbsobliegenheit. Die fehlende Herausgabe von Vermögen. Zahlungen an andere Personen als den Treuhänder. Ein Verstoß gegen Obliegenheiten. Eine bereits erteilte Rechtsschuldbefreiung. Oder das Nichtbezahlen der Mindestvergütung des Treuhänders. Wenn ein Versagungsgrund vorliegt oder eine Obliegenheit verletzt wurde, versagt das Insolvenzgericht die Rechtsschuldbefreiung durch Beschluss. Gemäß § 299 inso enden dann die Abtretungsfrist, das Amt des Treuhänders und die Beschränkung der Rechte der Gläubiger. Wie die Rechtsschuldbefreiung dagegen erteilt, wirkt sie gemäß § 101 Absatz 1 inso gegen alle Insolvenzgläubiger, sogar solche, die ihre Forderungen nicht angemeldet haben. Verfassungsrechtlich problematisch ist, dass auch Gläubiger ihre Forderungen verlieren, die nicht einmal vom Schuldner benannt worden sind. Sind alle Ziele erfolgreich durchlaufen worden, sind die beiden Ziele des Insolvenzverfahrens erreicht. Die Insolvenzmasse wurde an die Gläubiger verteilt und der Schuldner wurde von den restlichen Verbindlichkeiten befreit. Bleibt zu hoffen, dass es das letzte Insolvenzverfahren dieses Schuldners war und der wirtschaftliche Neustart tatsächlich gelingt. Das war die Zusammenfassung zum Insolvenzrecht. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.